Moin, moin, liebe Leute. Eure vom Marsch zum Meer Team. Wir sind heute jetzt noch bei Eneka. Ein paar Tage jetzt, bevor es jetzt losgeht. Am Samstag ist es soweit. Einmal nochmal ein kleines Interview mit Martin Hof. Martin stellt vom Eneka Markthof in Osterrundfeld und die gesunde Ernährung für den Marsch zum Meer. Also Äpfel und Bananen. Und ich möchte mich einmal ganz recht herzlich bedanken, Martin, dass du das mitmachst. Und vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was ist eigentlich, wenn die Leute jetzt keinen Bock haben, sich das selbst zu schnippeln? Das gibt es hier auch in flüssiger Form als Smoothie. Oder wir schnippeln für euch. Und wir müssen nur noch essen. Ich bin kein Held. Ich mache nicht mit. Weil unter 100 Kilometer weiß. Alles klar. Ich meine, das ist ja auch eine Aussage. Aber trotzdem bist du mein Held. Und wir sehen jetzt hier vorne auch nochmal, da sind die geschnippelten Sachen. Wir haben hier die Smoothies. Also Leute, wenn ihr mal keinen Bock auf Schnippeln habt, hier seid ihr gut aufgehoben. Edeka Markthof in Osterruhenfeld. Martin, vielen Dank. Und trotzdem bist du für mich. Auch wenn du die 150 Kilometer jetzt nicht mitmachst, trotzdem mein Held. Ich danke dir. Tschüss.